Nach wochenlang geschlossenen Türen und digitalem Schulbetrieb ist endlich wieder eine Rückkehr zur Normalität in Sicht. So erklärte Bildungsministerin Bettina Martin am 2. Juni, dass in Mecklenburg-Vorpommern nach den Sommerferien im August endlich wieder Regelunterricht stattfindet. Martin betonte, dass Kindern so der Zugang zu Bildung und Teilhabe ermöglicht werden soll. Laut der Bildungsministerin geschieht dieser Übergang nur vorbehaltlich der bislang niedrigen Corona-Infektionszahlen. Außerdem muss dabei der gesundheitliche Schutz aller Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer gewährleistet werden. Vorbereitet werden diese Maßnahmen vom Bildungsministerium in Zusammenarbeit mit Gesundheitsexperten. Den Grundpfeiler des Hygienekonzepts bilden Martin zufolge feste Klassenverbände, feste Lehrkräfte und feste Unterrichtsräume. In größeren Klassenzimmern soll die Abstandsregel von 1,5 Metern aufgehoben werden und zusätzlich dürfen sich dort wieder mehr als 15 Personen aufhalten. Allerdings findet der Unterricht auch dann noch zeitversetzt statt.